Herzlich willkommen euren Freunde zusammen mit Conny, Leon, Lexi, Tobi und Simon. Wir sind Crew-Member und wir haben jetzt Spaß. Spaß, ich gebe Gas. Simon ist auch dabei, habe ich schon gesagt, ne? Ich glaube schon. Letztes Mal haben wir wunderbar spioniert, ne? Hat uns richtig viel gebracht. Erstmal einfach Simon beschuldigen, ne? Ja, ja, ja. Das passt schon irgendwie, habe ich mir da gedacht. Oh, Lexi ist tot. Wo ist die denn gestorben? Es war Leon, ich habe es gesehen. Unlucky Leon. Leon, was hast du zu deiner Abteilung zu sagen? Ich habe zu sagen, dass ich es nicht war, ich war gerade am Downloaden oben. Ja, ja, klar. Ich glaube dir, Hust. Ja, also für mich ist es klar, wer es ist, wenn ich es nicht war. Simon hat, Leute, habe ich was verpasst. Simon hat, glaube ich, gesehen, wie Leon niemand vor der Einzige nach unten gegangen ist. Also ich bin eigentlich safe. Ich bin gerade weg. Ich bin nach rechts gegangen. Ja, es sind alle nach rechts gegangen. Hm. Ja, ich bin als Erster nach rechts gegangen, weißt du? Ja, ja. Ich bin nach oben zur Cafeteria. Ja, jetzt, so wie wir, ich weiß, was es ist. Ja, wer ist es denn? Leon oder Simon? Wo hast du Lexi eigentlich gefunden, Simon? Ja. Nee, doch beim Download. Ja, danke. Wo ist denn der Download? Nee, äh, bei den Asteroiden. Über Asteroiden. Da sieht man es aus. Ja, gleich kriegen wir noch den Tanker, wenn Simon clean war. Ja, wir wollten jetzt Leon noch eine Chance geben. Simon. Oh, Simon war es ja wirklich. Ja, das musst du beim ersten Mal ein bisschen besser werden. Ja, das musst du ein bisschen üben. Der schmeißt eine Impostarunde so weg. Ich habe, ich habe Leon an der Schimmel, konnte ich erkennen. Leon ist es nicht. Nee, ich dachte mir, komm. Leon darf nur eine Runde Impostar sein. Und ich werde für euch bei Leon, okay. Nee, ich wollte nicht für euch, ich habe es selber auch gewusst. Ja. Der, 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 Conny ist halt ein Mann, weil es so kleine Frau ist. True. Okay. Conny ist ein richtiger Mann. Der hat sich nämlich eingepinkelt. Eingepinkelt wie Leon. Wie Leon. Ach, Leute, ne, ich möchte vorwarnen, ne, das sind, das ist leider alles vorproduziert. Das hat einfach den Grund, wir haben so viel Spaß an, Among Us, dass wir erst so oft spielen, Leute. Ich glaube, die Woche, diese Folge hier kommt erst in acht Wochen. Also für euch ist es halt jetzt schon, ne. Für mich ist es vor acht Wochen. Vor acht Wochen und er tötet mich. Nee, er tötet mich nicht. Ich weiß nicht. Oh, er geht nach unten. Er ist es nicht. Ich glaube nicht, dass er es ist. Sehr schön. Ne, also, sorry, Leute. Äh, ja, passiert, ne. Vielleicht ist da bis dahin auch ein Update, äh, gekommen. Dann wechsle ich natürlich die Folgen zwischendurch drin. Ähm, ja. Ist einfach ein cooles Spiel, dieses Spiel. Kann ich eigentlich auch mehrere? Ne, kann ich nicht. Okay. Alter, was hat er denn da mit seinem Internet da die ganze Zeit? Oh, Alter, nervig. Macht das jemand? Ja, macht jemand. Gut. Muss ich da hin? Ich hin. Da muss ich... Oh, ich muss zum Atmenraum. Okay. Äh, den Elektrokerum, den mache ich als letztes. Oh, jetzt muss ich hier stehen bleiben, ey. Ah, Mann. Danke. Oder ist denn... Äh, Cafeteria, rechter Tisch lag die Leiche. Äh, ich glaube, es war Fähnrich. Also, Fähnrich lag da tot. Ah, okay, es sind schon zwei tot. Oh, wie shit. Ich war mit Simon bei den Coms und hab... Also, bei dem Sabotage. Das war über einen langen Zeitraum, ich weiß nicht. Äh, wo genau lag die Leiche? In der Cafeteria. Cafeteria. Ja, rechts meinte er. Okay, eher rechts oben oder eher rechts unten? Nein, ich denke nur an der der Müll oder Dorn aus. Ja. Wenn's rechts ist. Ach so. Ja. Ja. Der ganz am Eingang vermute ich jetzt nicht. Ja, das wäre so auch... Doch, am Eingang tatsächlich. Also, so vielleicht so zwei Meter, also zwei Zentimeter da drüber, da lag der. Da, wo man da diesen Müllabfuhr da machen muss. Okay, woran ich mich noch erinnern kann, ist... Ja, aber man sieht es direkt. Das, wie ich damit sage. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass Moritz, äh, dann in Schiels war und dann nach oben gegangen ist. Ja, ich bin dann zur Navigation, dann waren die Coms wieder aus, dann bin ich wieder runtergegangen. Dann war ich kurz vorm Eingang, aber dann war es fertig, dann bin ich wieder hochgegangen. Also... Also warst du der, der am nächsten dran war. Ja, oder Conny, weil der war ja die ganze Zeit auch allein. Richtig, ich war die ganze Zeit alleine, weil ich die ganze Zeit rechts war. Aber ich hab schon, äh, Elektriker, ich hab, links, sorry, links, ich hab, rechts, links, ich hab, rechts, 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 rechts. Ich habe, äh, Elektriker gemacht, dann hab ich dieses Zahlcode eingegeben, Download, Zeugs. Jetzt, jetzt muss ich noch in Admin, also eigentlich zur Endzeit und Admin muss. Und Lexi, wo brauchst du? Mit Simon bei Coms, woher war ich in Admin und hab meine Karte geswiped und dafür weiß ich nicht mehr. Und, und hätte ich es gewesen, also wäre ich jetzt sehr Imposter, hätte ich bestimmt nicht gesagt, wo die Leiche liegt, ja, dass die mich dort belasten würde. Ja, aber Leon hat das auch gemacht. Ich glaube, es ist Conny. Ja, aber was? Ich glaube, wirklich, es ist Conny, naja. Danke, Simon, danke. Gott, der ist schön. SNS sind Simon und Lexi, irgendeiner von euch. Dann dich, danke. Ach, Mann. Das geschieht hier recht, Conny, du hättest du. Connys Ausreden wäre noch immer schlechter. Ja, tschu. Ich, ich war echt der Liege. Ich will gerade anfangen zu uploaden. Gehe hin zum Knopf, Conny springt in Wend, ich drück auf den Knopf, also auf den Upload-Klopf, Conny springt raus, tötet mich. Ja, das merke ich mir. Cool. 22 Uhr, letzte Runde für mich. Für mich auch, dann kann ich Love Island schauen. In der letzten Runde, hier Leute töten. Boah, ne, ich muss da gar nicht hin, ich muss jungen. Download. 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 Ich downloade was. Ah, du, 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 du. Ja, Lexi. Oh, okay. Ich glaube, Lexi war es jetzt auch die letzte Runde. Hast du das Lexi gedisconnected oder was? Weiß ich nicht, ich hab's nicht bemerkt. Alter, hallo. Danke, Blatt. Blatt oder Müll, ich denke, das sind Blätter, ich weiß zwar immer noch nicht, woher die herkommen. Sind das eigentlich Blätter im Müll oder was ist das? Ja. Stein und alles, aber nicht. Ne, bei mir ist er meistens, ne, ne, da wo man das so reinziehen muss. Ja, das sind Blätter. Ja, aber wo sind die Bäume hier? Nein, nicht. Das ist eine wichtige Frage für mich. Oh Gott, hier hab ich so viel zu tun. Mann, ey, es ist bestimmt schon jemand tot. Bestimmt. Zack. Normalerweise braucht Simon immer so lange, bis er jemanden tötet. Aber vielleicht ist es Fanrecht. Weiß ich es aber nicht. Und zack. Oh Gott, ich bin so lost. Och Mann, es ist doch Simon. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Mann. Ich hätte auf mich hören sollen, Leute. Hab schon gesagt. Oh, es ist so ruhig. Es ist wahrscheinlich Simon. Es war auch Simon. Ich wusste es einfach. Von vorne weg mal wieder. Oh nein. Nein. Conny, ich schwöre dir, es ist Simon. Ach nein. Warum muss ich das machen? Was? Warum soll ich das sein? Ich war gerade eben noch bei Conny. Ja, das stimmt. Ja, ich hätte es sein können. Ja, du kannst doch davor schon weiterbegebracht haben. Ja, einen. Lexi ist gelieft. Da warst du auf cooldown. Bei mir bist du wieder weggegangen. Ja. Und dann hast du Murt. Dann Murt mich raus. Dann hast du aber verloren. Hm. Simon, erzähl was, was du verlost. Wie, jetzt was verlost? Na ja, wo warst du? Was ist geschehen? Na ja. Das hat doch nichts gesagt. Ich war zuerst in Reaktor gewesen, hab dann das gemacht. Dann hab ich in Security-Cords geguckt. Dann war ich in Medbay, hab das Sample-Steen gemacht. War in Admin, hab da die Karte geswiped. Bin dann weitergegangen zu O2, hab da die Plätter gemacht. Und dann wurde es gekauft. Ah ja. Warte kurz, ich werd hier angestupst. Schleck sie oder was? Äh, nee Lexi. Von der Granger. Nee. Von der Granger, der sagt mir, the show must go on. Was? Digga. Wie kann man nur so gay sein? Das ist halt so. Lexi, Korfi ist richtig feucht geworden. Ich war's. Was für du warst es. Wieso ist Conny feucht geworden? Conny retarded ist. So, wir gehen mal schnell hier die Aufgabe. Der ist die noch in der Runde? Ja. Oh. Hey? Conny, du bist noch gemutet. Oh schade. Also ich hab jetzt meine Mission gemacht. Ruhig habe ich mich jetzt auch. Und wir können den Simon jetzt rauslegen. Nein. What the fuck? Nein. Sorry. Hä? Und wie kommst du jetzt da drauf? Ja weil Elias nicht sein konnte. Hä? Warum? Sorry. Der war bei mir. Ja aber ich hätte ihn auch umbringen können. Ah fuck ey. Ich würde eine Runde noch mitmachen. Ich will auch mal Impostor sein. Nein. Null vor Null. Ich glaube ich bin der einzige der keinen Impostor sein will. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Alter neue Käppi. Ich hasse. Einmal. Einmal. Na nullmal. Ach man schon wieder kein Impostor. Aber es macht mir nichts. Ich bin auch gerne so ein Typ. Der hier einfach seine Aufgaben macht tatsächlich. Ich versuche nicht so viel mit anderen Leuten herumzulaufen. Außer wenn ich trolle. Ja. Dann mache ich aber natürlich auch keine Aufgaben. Ähm. Genau. Das ist so mein Ziel momentan hier in dem Spiel. Wenn ich nicht trolle dann mache ich die Aufgaben tatsächlich. Und laufe auch nicht mit anderen herum. Weil das ist bisschen schwer dann für den Impostor. Ne. Ich will ihnen ja auch eine Chance geben. Deswegen sterbe ich auch meistens direkt. Aber es macht mir nichts. Das macht mir hier nichts aus. Ist ja nur ein Spiel. Oh ne. Ich muss hier unten auch nur hin. Oh. Ich hasse diese Karten hier. Zack. Ne. Nicht geklappt. Zack. Super. So. Da schauen wir auch noch hier. Muss ich nach da unten hin. Ne. Ich geh erstmal Schilds. Schilds ist ruhiger. Wieso ist Lexi da schon wieder so auf dem Weg. Das ist sehr seltsam. So. Dann gehen wir erstmal Kaffee. Oh. Simon ist hier. Wartet. Liegt hier jemand? Ne. Da liegt keiner. Sicher ist sicher. Ne. So. Wir gehen mal hier nach oben. Noch ist hier keiner. Tatsächlich. Och. Ne. Nicht schon wieder ein Alarm. Och. Gut. Och. Ne. Was tut der Zeit. Wo lag er? Wo lag er denn? Also ich glaube Simon war es nicht. Und ich glaube Moritz war es auch nicht. Zumindest wenn es im späteren Spiel passiert ist. Weil er kam zu Navigation hoch. So. Alexi hat sie dann überwassen. Ah ja. Ich war in Admin. Und davor. In Admin? Ja. Bist du sicher? Ja. Boah. Conny lacht auch schon wieder so innerlich. Du warst in Admin. Echt so. Ich hatte dich gedownloadet. Dann kam ich und hab gedownloadet. Okay. Dann war es Lexi. Und Fenrich? Und davor. Davor. Ach schon. Ja. Ja. Alexi reicht schon. Fenrich. Bin am Anfang in Admin rein. Da ging das Licht aus. Ich lauf zu Electric. Mach das Licht wieder an. Lauf in Security. Ja. Wird dort eingeschlossen. Und. Ja. Dann bin ich grad zu Simon Says gelaufen. Ja. Alles klar. Hat mir genug her. Ne Gott. Und Conny? Wo warst du also die ganze Zeit? Uff. Der Conny? Hier. Also ich war Navigation. Hab das Fadenkreuz gebracht. Warte. Hab ich noch was gedownloadet. Ganz am Anfang der Runde. Da hab ich oben weg. In Admin rein. Hab da gedownloadet. Und dann hab ich auch noch. Ne. Davor hab ich die Karte gesweigt. Dann kam Lexi. Ja das hast du direkt am Anfang gemacht. Da war ich jetzt Licht ausgelanget. Da war ich. Stimmt. Da war ich bei Lexi. Lexi war bei mir in der Nähe. Also Lexi hat da mit mir Aufgaben gemacht. Ach wirklich. Jupp. Davor war ich da rechts bei Shield. Ja richtig. Genau. Darüber warst du. Oder nicht. Wie bitte? Du warst ja davor Navigation mit mir. Oder als es sich das war. Ja. Also Lexi ist es nicht. Ich kann es natürlich sein mit dem grad eben umgebracht haben. Aber. Ja das gibt auch. Ich glaub es war einer der den Wettbewerb hat. Ja ich glaub auch. Hab da auch so ne Vermutung. Mann ich find's schwer. Meine Vermutung ist momentan für Henrich. Aber ich mach Ausgebot. Das ist gut. Weil meine Vermutung liegt nur unter 25%. Ja ja. Ich heb dir noch 2%. Ja. So okay. Ich wusste jetzt echt nicht mehr was es ist. Vielleicht war es doch Simon. Ich dachte am Anfang erstmal nen Verbündeten zu haben ist glaub ich relativ schlau in dem Spiel. Dann würde der mich nämlich nicht rausvoten. Weil er weiß dass ich zu ihm stehe. Obwohl das eigentlich gar nicht so der Fall ist. Ich find's lustig. Guck mal. Och ne ne schon wieder Licht. Ich hasse jedes Licht mittlerweile ne. Muss ich da oben was machen? Ne. Gut. 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 Ich würde auch mal gern hier mal wieder durch die Kamera gucken. Vielleicht gucken wir da einmal durch. Da ist Simon. Da ist Lexi. Simon ist da. Aha. Kann ich mit noch was machen? Ne ne. Simon geht hoch. Da ist Conny. Conny und Lexi. Oh da ist jemand. Hm. Da ist jemand. Da ist jemand. Ach. 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 Conny. Conny war bei mir. Ich dachte mir grad so die ganze Zeit. Hä? Conny ist ja bei mir. Le. Le 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 le. Was ist denn Lexi da nennen? Okay. Die haben es geschafft. Er war hier. Da war sie. Oh Gott. Ach. Ey Leute ich lauf nach oben rechts zum zweiten Oxygen und lauf da direkt in ne tote Lexi rein. Also Conny war es nicht. Der war bei mir. Hier. Ne. Ne warte. Warte. Warte warte. Ich war im Security drin. War in den Kameras. Hallo. Entschuldige. Okay. Alter hast du ja das Mikrofon. Das tut mir leid. Ich hab dir den Redestein übergeben. Jetzt darfst du. Okay. Also ich war eigentlich in den Security Room. Hab da die Kameras beobachtet und ich hab gesehen dass Conny und Lexi zusammen herumgelaufen sind. Oh. Hm. Da muss doch was heiliges zu sehen. Aber Conny war bei mir links. Richtig. Deswegen versteh ich nicht dass Lexi ganz rechts gestorben ist. Ja ich versteh auch nicht wie Lexi da mal gekommen ist. Aber Lexi ist anscheinend der Drichtung laufen. Ja aber das war ja weiß zeitnah. Also Simon war bei dem anderen Link und hat das ausgemacht. Genau. Ja. Und da hat der Lexi aufgeschlissen ist er direkt da runtergelogen. Ich bin von links oben in der Cafeteria runtergegangen. Hab da Lexi gesehen. Lexi hat mich gesehen wie ich nach unten gegangen bin. Ist dann nach rechts gegangen. Und später nachdem ich den Con eingegeben hatte war Moritz dann unten aufgetaucht. Okay pass auf soll ich sagen noch was ich gesehen hab? Ja. Ich komm grad von Navigation Richtung Fenrich 1 der mir so ein bisschen entgegengelaufen ist. Und dann hat er sich plötzlich umgedreht und leichter reportet. Ja das hab ich gesehen. Ach so hast du das. Aber ich möcht nichts sagen. Ich brauch wieder Skippen. Ich möcht nichts sagen meine Prozente sind... haben sich verdoppelt. Meine haben sich verdoppelt. Eieieiei schon 50% Junge. Alter was soll man dagegen machen? Aber bei 4 da sollten wir nicht rauskommen. Ne 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 da wollen wir über die Stars fertig machen. Ne let's skip wenig. Hey Granger warum denn das? Ja über 25% ist für mich raus wohl. Über 25%? Ja. Krass. Scheiße was. Ich muss hier einmal rein. Zack. Ich lauf mal eben hinterher und gucken. Der noch lebt. Ich wette mit dir der ist tot. Ich wette mit dir der ist tot. Ich wette mit dir der ist tot. Ich wette sowas von dass er... Simon lebt. Oh Simon lebt. No what the fuck. Ich war mir so sicher als Fenrich tot ist. Er ist nicht tot? Ich fass es nicht. Ich mach hier noch das hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn und ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht Leute. Oh gut. Die haben es geschafft. Die haben es geschafft. Ich brauch nur eine Aufgabe Leute. Es tut mir leid. Ja. Yo was. Ich konnte es nicht riskieren. Ich wollte nicht, dass Fenrich eins gewinnt. Ja, meine Prozente haben sich nochmal verdoppelt. Meine Prozente haben sich wieder verdoppelt. Meine auch. Ich sag einfach nix. Komm nicht. Also Conny ist es leicht doch. Aber... Was denn? Conny ist, was soll ich denn da dran sagen? Ja ich war es doch. Denn sag was hast du gesehen? Ja. Ähnlich genau das gleiche schon wieder. Und was? Haha. Ich muss sagen Conny ist am Anfang nicht mit Simon herumgelaufen. Der ist nach links gelaufen. Ja Simon hat ja das eine gemacht. Dann hab ich das andere gemacht. Und ich hab dann nach Simon gesucht. Aber nach links ist er auch nicht gelaufen. Ich hab bledget mein Headside Kabel grad abgezogen. Also du kannst eigentlich nur Tobi gewesen sein. Warte. Tobi erzähl mal. Was hab ich getan? Ja. Was weiß ich denn? Du hast die umgelegt. Bestimmt keine Ahnung. Irgendwann. Naja. True. True. Ich hab das Oxygen gefixt. Lauf nach rechts und lauf in Simon rein. Ja. Was ein Wunder. Mit nem Messer bist du reingelaufen. Oder mit deiner Zunge. Jaja. Jaja. Hat Augen ausgestochen. Danach verpaulst. Alter wenns Moritz war, ne. Ich glaub Vielen nicht. Alter in dem Moment als du eines emergency meeting eingel CNN geplant hast. Hatte. Ich dachte, er mich gekillt gab. Ja, 20 Sekunden später. Ich dachte mir selber zu confirm ist ein bisschen schub. Ich dachte halt... Aber naja, jetzt kann ich aufhören. Weißt du, ich hatte so Hoffnung, hey, vielleicht überlebe ich das. Und dann kommt so Tobi und dreht mir den Hals um, ey. Wann war das denn? Wann habe ich es denn nicht erledigt? Leon habe ich ganz sneaky in... Du hast mich erledigt, als du sabotiert hast. Ja, aber ich war zu langsam. Ich war eine halbe Sekunde zu langsam, ey. Ja, tja. Ah, Conny wäre eh da gewesen. Aber ich muss kurz anmerken, die Geschichte mit... Ja, ich war in Electrical, dann war ich in Security... Oder, da war ich in... Ja, ich bin... Ich mein... Man baut seine Geschichte halt so rum, dass es so ganz nah an der Wahrheit ist. Es war die Wahrheit. Ich war in Security eingeschlossen, dass ich mit dem Wett runter zu Electric bin, und da Leon weggemacht hat. Das hat ein bisschen herge... Okay, Leute. Das war's mit Among Us. Die labern jetzt nur an Müll. Ich muss in Love Island schauen. Deswegen sage ich jetzt tschüss. Das war mal eine längere Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit uns. Bis dann, euer Kami Torrein und tschau.